Guten Tag und willkommen zu dieser Woche von Let's Play Fallout. Letzte Woche habe ich ja schon angekündigt, dass wir diese Woche gar nichts tun. Gar nichts habe ich angekündigt, was wir tun, aber wir tun natürlich trotzdem was. Nämlich! Wir werden heute ein bisschen... Weitermachen mit... Oh nein, nicht... Achso, stimmt, wir haben zu viel Gewicht. So, die Kate. Über ihre Story haben wir letzte Woche getalkt. Könnt ihr euch natürlich gerne auch mal die Folge anschauen, wenn ihr es jetzt euch so parat habt. Ähm, die Kate, die kriegt jetzt erstmal... Wie viel Schrotmunition habe ich gerade? Null, ja. Schrotflinte muss ich dann auch nicht mit mir rumtragen, dann kann ich es ruhig die Kate machen. Ja. Jetzt kann ich wieder normal... Nice. So, jetzt kann ich wieder normal rumlaufen hier. Ähm. Wie weit bin ich gerade in der Quest? Wollen wir mal kurz schauen. Höre dir Ritter... Achso, das Holoband soll wird es angehören. Ritter Estlins. Estlins. Geiler Name. Wenn ihr auch ein paar Freunde habt, die Ritter Estlin heißen... Das heißt wahrscheinlich dein Estlins Holoband, oder? Nein. Da musst du eher runter. Da ist vielleicht... Ja. Ritter Estlins Holoband. Zack. Easy. Ritter Terra Estlin, Stählerne Bruderschaft. Erkundungsteam 429 Alpha. Serie Nummer 3431. Es ist drei Stunden her, dass ich meinen Notrufbänder aktiviert habe. Noch immer keine Nachricht vom Paladin oder Ferris. Ihr Ziel war die Satellitenstation an der Küste. Vielleicht sind sie außerhalb der Reichweite. Meine Befehle lauten diese Position, um jeden Preis zu halten. Die gesamte Anlage wurde überrannt. Lange wird die Tür nicht mehr halten. Ich finde, während solchen Wartezeiten könnten sie ruhig das Holoband weiterlaufen lassen. Weil ich will es mir ja anhören. Und während den Wartezeiten habe ich eh nichts besseres zu tun, als mir diese schönen, super gemachten, zombieähnlichen Ghoul anzuschauen. Vor allem den finde ich noch. Das ist... Oh Gott. Ich finde es schön, bei Skyrim gab es das. Siehst du, da kann ich erkannt so die Models. Ich habe gerade gedacht, ich hätte ein paar Schritte gehört. War aber scheinbar nicht so. So. Jetzt müssen wir hier rüber zu den riesigen Antennen. Da hätte ich auch gar nicht davon ausgegangen... Äh, hätte ich auch gar nicht erwartet, dass ich da hin muss, wenn da so riesen Antennen so unscheinbar rumstehen. Oh nein. Oh nein. Schaut euch das an, das sind Fleischsäcke. Das lässt uns auf Supermutanten schließen. Okay, Leute. Jetzt gehen wir hier ganz strategisch vor. Es sind nämlich nicht die hellsten, die Supermutanten. Eher die dunkelsten. Und jetzt will ich mich hier entlang schleichen. Und dann habe ich das natürlich auch gleich gut hingelegt. So. Jetzt wird erst mit der Kerl da abgeschnallt. Ich denke, er kann sich mit der Kate anlegen. So. Und das Drecksviech, da knallt er jetzt auch noch nieder. Dass ich einbilde, das kann sich mit mir anlegen. Das ist ja noch lächerlicher. Oh scheiße. Nein. Renn. Renn, 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 renn. Nein, 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 nein. Nein, der scheiß Supermutanten-Selbstmörder. Scheiß auf alles. Renn. Das muss doch explodieren, das Scheißteil. Warum habe ich so wenig AP? Nein. Der explodiert jetzt gleich und dann sterben hier alle. Nein. Warum kann ich nicht weiterlaufen? Scheiße. Äh, ihr müsst wissen, der Supermutanten-Mörder-Selbstmörder. Ja, so ein bisschen Selbstmörderisch drauf. Und wenn der mir jetzt zu nah kommt, dann sprengt er sich. Zu mir ist er. Bede Wichser. Renn. Was soll denn das? Der sprengt sich jetzt gleich in die Luft. Kann ich nicht auf seine Bombe zielen, die er da hat? Ja. Ich kann. Aber dann sollte ich darauf achten, dass er ein bisschen weiter weg von mir ist. Nice. Aber ich glaube, am Anfang, wo ich mich hingeschlichen habe, habe ich nochmal kurz gespeichert. Und deshalb spreche ich jetzt einfach gleich auf ihn drauf und knallt er sich die Bombe weg und dann hat sich's, Leute. Easy for me to make. So. Jetzt muss ich erst mal kundschaften. Und wo ist denn der Scheiß-Selbstmörder. Weil wenn ich den... Angriff damit... Oh ja, ich muss sneaken. Ja, ja, keiner hier entdeckt. Ja, ganz normale Supermörder. So, jetzt muss nur der Selbstmörder sich zu zeigen... zu geben zeigen. Ja, er hat's getan. Der blöde Wichser... Von wo wird denn jetzt auf mich geschossen, bitte? Ach so, von da oben. Den besuchen wir doch mal, Leute. Oder ich fände dahin. Und das tue ich auch. So, und jetzt schauen wir, wer hier am nächsten angetrunken ist. Ach, der da oben. Ja, das werden wir treffen, wir ihn halt nicht schlecht. Mist, die günstig. Okay, jetzt stehen wir hier grad ziemlich in Volltraum. Wir müssen auf unsere Aptp achten. Aber für so ein paar Super-Mutentchen... Doch, reicht's doch immer. Mit ihren gammligen Dreckslaufen, Alter. Die mit ihren Impro-Gewähren, das ist ja richtig peinlich. Zack. Ryan. Ich weiß auch nicht, wo den ihr Scheiß-Granaten-Launcher-Carrie-Lau-Rennt. Der sich hierfür ganz besonders schlau hält. So, Leute. Die schicken wir da jetzt raus. Splitter-Granate, bitte. Es. Splitter-Granate. Alles. Zack. Okay, der war jetzt mit den Schlauen, ist weggehauen. Aber dafür kriegt er jetzt in den Tor so Schaden reingehaut. Ja. Aber hart terminiert hab ich jedenfalls. Und dadurch wird das hier so Ego-Shooter-Style rumlauft. Hat auch gar keine Chance, gegen mich zu gewinnen. Weil er dann ganz oft umziehen muss. Jetzt sind schon wieder sieben Minuten vergangen. Und ich feide hier nur mit dem Super-Mutent. Ist natürlich entertainend, Leute. Allemal, Leute. Weil ich natürlich so geile Ego-Shooter-Fight-Skills hier hab. Aber dennoch... Weg. Nice. Double-Kill mit der Gunnade. So. Jetzt näke ich mir erstmal hier... Ihre Ware. Genau. Genau. Er ist weggerannt. Ich glaub, dass ich selbst nicht... Weg. Und dann treff ich im Wetz-Modus keinen Schuss. So. Strahlung widerstehen. Das brauch ich grad nicht, den Buff. Dann gönne ich mir die gegrillten Red-Kack-Laken. Und ne Hö-Köler-Köler-Köler. So, Leute. Das wird aber hier immer ein bisschen eskalationsmäßiger. Das muss ich gleich voll haben. Ja, sieht's blöd aus. Schaut auch seine Deckung aus. Renniger. Granaten sind schon sehr mächtig. Und vor allem, wenn man sich ohne Helferin, ohne Gehilfin, weil die sich gerade anders versteckt, im Nahkampf solchen Viechern gegenüberstellen muss. So, also habe ich die Schnauze voll. Oh, 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 oh. Nein, natürlich ist die hier viel stärker. Deine Waffe. Die ist eh extrem, extrem stark. Zack. Zack. Und dann ziehen die immer ihre Nahkampfwaffen. Vor allem bei Super Mutanten nehme ich das immer. Eigentlich habe ich so gedacht, oh, scheiße, die sind doch richtig stark. Die machen mich doch im Nahkampf fertig, aber machen sie überhaupt nicht. Die Spruchstelle. Die sind nämlich easy für mich to kill. So, jetzt muss ich noch meine Verletzung hier aufgeben. mal überstehen. Und dann fasst du es schon. Jetzt habe ich das ganze Lager hier aufgeräumt. Immer allein, gar. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich nach irgendwas passendem suchen. Zum Beispiel den Super Mutantenhahn. Das stimmt sich jetzt auch gleich an. Schön wäre es, die kann man nämlich nicht anziehen, leider. So, jetzt darf ich hier erstmal auf jedes dieser Funkgeräte hochklettern. Schauen, ob da was los ist. Der sieht geil aus. Das ist dieses Riesenfunkgerät mit einem Blutsee. Schon geil. Ja, das ist kein Müll. Scheiß Kate, hat keine Ahnung. Dreckskoks, nur D. Ich kann ja mal wieder ein bisschen über sie reden. Also sie hat halt Drogenprobleme und ich soll mit ihr zum Vault 95 gehen. Und das werden wir natürlich auch noch antreten. Das Problem ist, desto weiter südlich, also hier auf der Karte unten man ist, desto gefährlicher sind die Gegner. Und wir befinden uns gerade ziemlich weit oben. Bis hier unten habe ich mich vorgekämpft. Aber wenn ich jetzt so weit nach unten gehen muss, sind wir ja schon fast am maximalen Härtegrad, Leute. Und das ist dann nicht so angenehm. Ich meine, klar. Wir haben das Richtige gefunden. Sehr schön. So, jetzt schlafe ich erstmal. Weil beim Schlafen regeneriert man die Punkte. Und deshalb, immer wenn es keinen Kampf gibt, regeneriere ich per Schlaf meine Punkte. So. Jetzt muss ich mir dem seine Sachen anhören, oder wie? Das wäre ja immer besser. Immer abwechslungsreicher vor allem. Leuchtfackeln. Ja. Nice. Schrotpatron, Brennstoff, Notrufsündung. Ja, ich habe nicht zu viel Gewicht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Mach weiter. Und am nächsten Tag, da kam so ein Radio. Alles klar. So, Leute. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Ach, da gibt es gar keinen Loot. Ist ja noch besser. Jetzt klettere ich den ganzen scheiß Weg hier hoch. Und jetzt müssen wir uns auch noch dem sein Holoband anhören. Ja, super. Der heißt jetzt auch... Oh. Ja, in meinen Werkstätten geht es natürlich auch super hier. Inventory. Schrottmods. Diverses. So, und jetzt müssen wir wieder nach Rita suchen. Rita Estlin war das ja gerade eben. Nice. Ja. Jetzt muss ich wieder auf Daten gehen. Hör dir das Holoband des Gelehrten Ferris an. Ihr kennt zwar eh alle nicht Deichkind, aber bestimmt kennt ihr Ferris von Deichkind. So. Holoband. Zack. Rein. Rein das gute Stück. Hier spricht Ferris. Es ist zwei Stunden her, dass der Paladin gegangen ist. Mein Bein kann die Blutung nicht stoppen. Die Kugel hat wohl eine Arterie erwischt. Brandis. Wenn du das hier hörst, ich hoffe, dass du es rechtzeitig zurück zu Estlin geschafft hast. Für mich hättest du nichts mehr tun können. Geh zu Bunker im Norden. Du wirst das überleben. Das ist alles. Alles, was zählt. Und jetzt muss ich auch zum Bunker, oder wie? Aufklärungsbunker Zugang. Ja, nice. Das wird ja immer besser. Von einem Schau. Nice. Was ist das? Nice. Raus. Danke. Leute, bitte. Nice. Okay, Leute. Jetzt geht es hier erstmal weg. Jetzt habe ich mir die Stause voll von der Scheiße. Jetzt dürfen wir auch noch zu dem Bunker. Und ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Vor Ort 6. Oh, scheiße. F5 erstmal. So, hier. Hier ein Pilze. Wir haben jetzt gute Chancen, um da drüben einen Fusionskern oder ein Gerät abzugreifen. Spielzeug außerirdischer. Ach, scheiße. Hier war ich schon. So, ein Scheiß. Raider-Problem bei County Crossing. Sprich mit Preston Garvey. Genau. Ich habe es abgeschlossen. Sprich mit Preston Garvey und bekomme die neue Quest. Sprich mit Preston Garvey. So. Jetzt kriegen wir so blöde Stechfliegler. Die sind mir ganz sympathisch. Ich habe schon sehr, sehr gute Augen. Das ist jetzt auch einfach so okay, ne? Verpieß dich. Nice. Stechflüge-Zeugs ist richtig nahhaft. Und deshalb freue ich mich immer, wenn ich ein bisschen davon was abbekomme. Und deshalb freue ich mich über Stechflügler. Auch wenn ich mich gerade sehr labig angestellt habe. So, wir sind noch nicht mal im 100 Meter Radius. Ich weiß nicht, wie weit wir noch... Was ist das da drüben? Das sieht nach einem Bunker aus, Leute. Das ist ja eine richtige Bunkeranlage. Das ist ja richtig episch. Ne, das ist wirklich ganz episch. Das war immer so schlecht. Und hier ist ein Landeplatz. Ey, Leute. Da wird der erste, nächste... Der erste World-Bird landen. Mal so einen kleinen Blick riskieren. Scheiß. Da oben läuft ja noch... Nein, 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 nein. Fang doch nicht an zu kämpfen. Oh, scheiß, Leute. Was soll daraus noch werden? Wir sehen uns in der nächsten Woche, wenn ihr seht, was daraus wird. Bis dahin. Ciao.